Ja hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde der ja Gesellschaft Babos und alles mögliche ich heiße ich herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Battlefield Play for free und wir zocken heute wieder mit dem Pionier und werden grad gesniped was ich ja nicht so lecker finde so was ist da oben bitte abschließen bitte aua fuck was macht der da witzig 37 naja 373 ich kippe auch warum macht er das weil er seine Mannschaft unterstützen will und die sie gerade hier im Sturm sind um ja wir sind wieder dabei mit dem die 53 Prozent ja und sind die Kraft am Lusen ich kann er selbst ja nicht erklären aber halt auch wir verlieren Scheiße er ohne an die zurück wir sind ja auch und es muss anhand die okay ihr werdet ihr gerade los ist ich bin ja auch gerade erst ins Spiel gekommen und ja ja wir haben es gleich mal aufgenommen wir sind etwas kaputt heute wir haben gerade Zeitungen da ist ein Vogel ach man wenn ich komme ist alles schon tot und alles man ich bin Pionier haben schon erwähnt ja wir sind etwas kaputt heute wegen dem ganzen Scheiß und wegen Zeitungen und so und Zeug halt ich bin Aua und da war die Ventures übelster Penner oder Penner oh wie die mich alle wie die mich an kotzen die Ventures Leute und ja ich bin nur bis gerade mal und sieht mich in die Flugzeugkarte hier wo er jetzt und zieht Aua nicht schon wieder das muss mir wieder eine Spritze geben Aua aber auch nicht hier Junge ich wollte gerade sagen Jo ich zock mit dem Pionier jetzt und G53 obwohl ich die MP5 eigentlich lieber hab zock ich jetzt mal bei der G53 auch was einer wollte ach du scheiße warum hab ich jetzt noch mal 5 Leben ne ich bin jetzt gebühlt es durch Medi jetzt immer MediPacks 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 Oh, wir haben den verloren. Ah, was denn? Wo denn, Alter? Wieso habe ich... Na, egal. Ist jetzt wurscht. Ich bin auch gar nicht mehr eingezockt. Ich war jetzt lange mit Medic unterwegs und lange haben wir auch nicht mehr gespielt. Ja, und deswegen... Wollen wir erst mal gucken, wie ich das jetzt mache. Ach, das ist einer von uns. Ja, dann können wir immer wieder auf die schlaue Idee, sich hier dieses Teil dazu gönnen. Ne, komm, drei. Warum lädt jetzt noch? Wieso schloss das jetzt ab? Ach, kacke. Ich dachte, ich kann das. Ich laufe ja auch nur dumm durch die Gegend gerade, weil als Medic habe ich das immer so richtig... Ach, scheiße. Oh, Gott. Da sind Leute. Und da war die Winterreste. Ich habe noch nicht einen einzigen Kill gemacht, Mann. Geh, du kleiner Wichser. Das mich wieder ankotzt. Dieses blöden Typen wie der Winterreste, ey. Wo sind aber vieles noch dabei. Von den Kollegen da, da kann ich mit meiner G350 nicht so richtig mit halt, Aua. Und das tut's auch schon wieder weh. Und dann mit seiner Winterreste, äh, ja. Und ich gerade der Schlechteste. Oh, mein Gott, da ist er wieder, der Creed. Wie bis zur Penner. So. Und hier sind Nahkampf, einser besser als die G53. Oh, da habe ich immer den eliminiert, aber nicht den, der gerade auch mit zugestimmt kam. Mit seiner PP2000. Aber jemand habe ich den eliminiert. Egal. Ja, ich bin auch total uneingezockt. Battlefield-Zocken habe ich lange nicht mehr gemacht. Oben sein Sniper. 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 Fuck. Und da hat die G53. Und sie hat sich auf solche Distanzen gar nicht das Bunde vorbei. Ich meine, auf die Mittel bis, äh, kurzen ist das schon eine geile Haffe. Auf die langen Brust dann schon bei fünf Fingern im Rückstoß. Aua. Wo wäre ich denn schon wieder gesnipet, ey? Och, von Geh, ey, das ist so ein Wichser. Ich kann es aber nichts machen. Wir haben fast keine Zeit. Und bring ihn um mit seiner, mit seiner G3 auf, hier. Jetzt ist der nass. Mann, ey. Ich bin wirklich nicht mehr eingespielt, doch mit der Rex. Ich weiß nicht, dass das so verzieht. Autsch! Fuck. 96 Jungen. Scheiße! Mann. Ich bin null eingesucht. Das gibt's doch nicht. So, wir versuchen ja gerade, pfff, B zu stürmen, aber wo wir genau wissen, dass es nicht geht. Weil da oben ganz viel der dummesten Leipers sind und die uns dann immer alle abschießen. Wir können jetzt mal was Witziges machen. Wir können eine RBG reinziehen in das lustige Haus da. Das muss unser Wicht viel bringen. Ah, doch! Ah, okay, was ist da oben? Das ist mir plötzlich 14 damage gegeben hat. Und da kriegst du noch eine von mir. Komm. Muss der Typ. Okay. Lieg da also. Autsch. Ich bin nicht nur eingezockt mit dem Typen. Hab auch echt lange kein Battlefield mehr gespielt. Blüßbogen waren muss es doch mal wiederkommen. Ah, Mann. Was ist das für Leute? Ich will den rauswiesen. Ich will den da rausschießen. Wieso hab ich nicht eins gleich der Wicht? Ich hab dann eine RBG. Ja, stimmt. Ich hab dann eine RBG. Aber da wird einfach jetzt rausgeschritten. Ah, Mann. Mann. Ist so zum Kotzen. Okay, wir haben gesiegt. Aber ich mach einfach mal noch ein Game, weil ich bin einfach nicht eingespielt. Einfach nicht eingespielt. Ich glaube, ich soll doch eher mit MP5 zocken. Ja, wir haben hier übrigens einen Credit Booster heute vorgezogen. Deswegen auch hier oben. Man sieht's. Ja. Ja, die kranken Credits. Und ja. Ach, schau drauf. Komm, motherfucker. Ich hätte den Kampf hier nicht gern gekriegt. So, komm, mit zwar, aber auch richtig. Ich raste aus, wenn ich mich so sicher fährst. Das ist Teamwork. Das ist Teamwork. Das ist Teamwork. Der Typ, ich mach klack-klack. Und der Typ fährt einfach rüber. Das ist einer von uns. Sagst du's gleich, Mann. Mann. Der prägliche Bastard, ey. Schlaf doch mal nach, Mann. Ach so, ich sollte vielleicht eher nach vorne, vorne feuern. So, wir nehmen noch die kranken Flagge mit ein. So, jetzt haben wir die Flagge eingebogen. Die kranken Babos. Ne, so ein Spaggo. Ey, das ist witzig. Aber er sollte rausgehen. Er sollte rausgehen, besser. Wenn er es da stehen bleibt, kann ich ihm doch... Alter, warum kriegt er kein Center Maker? Komm! Bitch. Das ist epic, bitch. Aber gut, wenn er es so will, dann kriegt er es so. Ja, meine Güte. So, die Stunde für dich hat geschlagen, Babo. Okay, er ist schon tot. So. Ich meine, von mir aus ist das nicht so lege. Wie bei der Russenseite, aber wer es ist, ist... Aua. Es wird sich jetzt immer darauf beziehen, die Typen da abzuknallen. Und jetzt war es dann auch schon wieder. Aber ich wäre gerade abgeschossen. Von wem? Von wem denn? Hallo? Gung? Weil ich von dort hinten gesnaped, oder? Aber ich wäre gesnaped! Oder was wäre ich denn? Ach, scheiße, falsche Richtung. Komm, Oberbabu. Au! Du ernst? Äh, nicht so läger. Komm, jawohl, das kranke Ding steht da und da wurde einer hinterfeindlichen Nähnen gesetzt. Oder halt auch nicht, doch. Oder nein, der will da hoch. Hahaha, scheiße. Bitch. Mann! Das habe ich nicht so richtig gemerkt, dass der da hoch will. Ja, also der Medic, das ist schon ein kranker Charakter. Und ich finde ich auch ehrlich gesagt richtig geil. Oh, hier ist doch irgendwo ein Fahrzeug. Oder nicht. Oh, fuck. Bitch. Oh, jetzt hier gleich die Invasion, wie die alle losgehen. Ich bin drin, irgendwie ein bisschen. So, komm, ich will mich jetzt aber abschließen. Ach so, der ist schon dumm. Der ist down, man, bitch. So, auf geht's zu kranken. Ah, komm, komm, was ist denn dein Problem, Junge? Fress auf geht's zu B. So, gut. Da ist die G53 ganz klar dominiert, wenn ich Body Schatz macht. Aber auch wenn ich, äh, so mittelrange, da geht die ab. Das ist sehr geil. Autsch. Oh, Medic, bitte. Aber solche Distanz, wie gerade eben. Richtig geiler Schaden plus richtig geile Leute. Und eben richtig geiles Team. Und wir haben schon wieder 500 Punkte fast. Oh, ich setz mich in die Flak. Das ist bestimmt jetzt mit am effektivsten, weil jetzt die ganzen Kollegen da kommen. Ah, das ist ja nur ein Let's Play. Ist ja kein Waffen-Review oder sowas. Sondern, das ist ja einfach nur ein ganz flockiges Let's Play. Irgendwo müssen ja die Juden sein. Ähm, beziehungsweise die Leute. Hallo, wo seid ihr denn? Hm, boah, vielleicht doch nicht so effektiv, oder? Doch, warte mal, da ist so ein Chat. Chitschen. Ach, komm, Mann. Der ist doch jetzt nicht wirklich über unsere Baale seitgestört. Da ist einer. Haha, moin. Kollege! Boom! Und jetzt gleich nochmal. Und jetzt sind noch einen. Da kann ich nichts machen. Und also. So, wo weiß ich noch einer? So, da war jetzt gedauert für der jetzt. Oh, nein, mit Rex immer. Speise. Nieseläger. Oh, da habe ich jetzt direkt rausgebracht. Hab ich sie direkt? Ach, weil ich sie diese kranke, kranke Tastenkombi hab. Weil ich die kranke Kombination richtig krank hingelegt hab. Wo war ja, nee, da ist doch nicht da drinnen, oder? Nee, da ist doch nicht da drinnen. Wie sollte der auch da drinnen sein? Komm, treff! Ey, da ist doch Getrace Attack. Warum trifft der da nicht? Ich versteh's nicht. So, komm, klack. Bam, 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 bam. Jo. Okay, der hat Spaß. Da kommt ein Jet. Oder hinten kommt was witziges. Und zwar eine kleine, kleine, aber süße. Was ist denn das? Ist das so ein Teil, oder was? Was ist denn das? Er wird nie ankommen, Junge. Hä? Ich lauf da jetzt hin. Ich bin mit beiden Augen kalt. Was ist das, das Ding? Geht die Krise. Fuck, jetzt ist es weg. Oh, nein. Jetzt bin ich ganz viel hintergelaufen. Jetzt ist der Typ weg. Ich seh die nicht mehr. Scheiße. Och, komm. War das jetzt ein Boot oder sowas? Och, nö. Das ist wirklich ein Boot. Komm. Nö, oder? Och, nö. War wirklich nur ein Boot. Aber wo ist der Typ dann, hä? Wo ist der Typ? Herr, wo ist das Boot? Och, man, ich glaube nicht gerade in der Pampa rum. Und bin mit 200.000 Euro. Ja, gut. Sieg. Okay, Leute. Ein bisschen bin sie jetzt, aber am nächsten Let's Play. Ja, da kommen wir in die MP5. Da kann ich auch wesentlich besser spielen. Wesentlich besser spielen. Ja, haut rein.